Monika, wir haben ein Reisbuch nach Botswana, bei einem afrikanischen Reisebüro. Sehr afrikanisch siehst du nicht aus. Dabei habe ich doch die Sonne extra mitgebracht. Das stimmt aber, ich bin eigentlich von der Schweiz. Ich wohne aber derzeit in Zimbabwe, in Afrika. Also gut, zwei Wochen Botswana, was erwartet uns? Euch erwarten wunderschöne Momente, Safari Momente. Ganz viele Tiere, ganz viele neue Lebensweise, viel Landschaft. Ich glaube, ihr bekommt ganz viele schöne Fotos und Erfahrierlebnisse zurück. Fotos und Actions auf deinem Blog?